Hallo zusammen, heute sind wir hier am Rande vom CDU Sommerfest. Und wie Sie sehen, sind wir nicht am alten Freibad in Eifgenthal, sondern hier am neuen Kunstrasenplatz vom SV 035 Wermelskirchen. Das hat folgenden Hintergrund. Neben mir steht der Ehrenvorsitzende und Vorsitzende des Fördervereins vom SV 035 Wermelskirchen, Henning Weber. Und am Rande unseres Sommerfestes haben wir Spenden gesammelt für den neuen Kunstrasenplatz. Und Herr Weber hat uns eine kleine Führung hier über den Platz gegeben und uns einige Dinge gezeigt. Und vielleicht haben Sie Lust zu erzählen, was jetzt hier passiert ist und wann denn die Eröffnung stattfindet. Ja, die Eröffnung soll am 21.09. sein. Wir haben da eine Weißweiler-Elf eingeladen. Und auch eine renommierte ältere Mannschaft, die der Gerd Kenschke, unser früherer Trainer, mit noch jemandem, der Co-Trainer, Roger Lapschek, die beiden machen das. Aber wichtig erscheint mir mal erst, hier diese Anlage schon in diesem Zustand freigezogen werden. Wir haben jetzt noch nicht die Laufbahn, aber Sie sehen ja, die Maschinen stehen, das Material steht da. Ich bin guter Dinge, dass diese Dinge auch bis zum 21. Montag fertig sind. Und wir als Verein, wir müssen auch noch einiges tun. Und bis jetzt haben wir mittwochs und samtags gearbeitet und ab morgen werden wir jeden Tag arbeiten, um diese Gestaltung dann auch irgendwo noch mit Leben zu erfüllen. Wie viele Leute sind das immer ungefähr? Ja, wir haben im Moment die erste Mannschaft, die zweite Mannschaft, die B-Jugend. Der Arbeitskreis ist mit acht Leuten dabei. Es kommen aber immer mal wieder Leute, die nur mal gucken wollen und dann sich der Jacke ausziehen und mitarbeiten. Das ist echt klasse. Ja, das ist wunderbar. Und wie lange schon? Seit Anfang des Jahres. Der Förderkreis bzw. dieser Arbeitskreis, der hat sich im Spätherrsch 2018 getroffen. Und somit sind wir dann über die Vertragsbindung zu diesen Arbeiten gekommen. Also ich kann sagen, dieses Engagement verdient Wertschätzung und man sollte es unterstützen. Und wer es unterstützen will, der kann ja auf die Seite vom SV0935 Wermelskirchen gehen. Und für 30 Euro darf man eine dieser Parzellen sein virtuelles Eigenheim. Richtig, so ist es. So ist es angedacht und ich hoffe, dass sich noch viele Menschen dieses zu eigen machen. In diesem Sinne vielen, vielen Dank für Ihr Engagement und ich freue mich riesig auf die Eröffnung. Ich bin gespannt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.